Um meine Beine zu trainieren, mache ich viele Kniebeugen. Bei den beinigen Kniebeugen ist wichtig, dass ihr schön hüftbreit herstellt, dass nie beim Kniebeugen eure Knie von der Saiespitze nach vorne gehen und dass ihr immer den Rücken schön gerade habt. Wenn ihr diese Technik gut beherrscht, könnt ihr die Übung auch mit Gewicht machen, mit einer langen Handel zum Beispiel auf dem Rücken.